Heute erzähle ich euch, wie auf Mallorca alles schief lief und trotzdem alles geklappt hat. Daniel Danger und die 257ers hatten den perfekten Mallorca-Head geschrieben. Sie schickten ihn mir und der klang ungefähr so. Als ich das Ding gehört habe, fand ich es so scheiße, dass ich es schon wieder lustig fand und freute mich natürlich total darüber, dass 1Live mich fragte, ob ich nicht einen Film produzieren könnte, einen kleinen darüber, wie die Jungs nach Mallorca fliegen und versuchen, den perfekten Mallorca-Head zu landen mit dem Ding. Ist natürlich leichter gesagt als getan, so ein geiles Video darüber zu machen, wie zwei Jungs nach Mallorca fliegen und den perfekten Hit landen, wenn es überhaupt keinen Plan gibt. Und das war der Fall. Es gab keinen Plan. Und es lief auch erstmal alles schief. Wir trafen uns am nächsten Morgen um 4 Uhr früh am Flughafen. Schniesen war nicht da, er war krank. Mike hatte das Kostüm für Daniel vergessen, der sollte nämlich in so ein Kostüm am Strand die CDs verteilen. Und der Produzent des Songs, der jetzt mitfliegen sollte anstelle von Schniesen, war nicht auf die Tickets angemeldet und wir wären fast nicht in den Flieger gekommen. Nach 20 Euro Bearbeitungsgebühr saften wir dann im Flieger und dachten, jetzt können wir endlich ein bisschen schlafen. Es ist irgendwie 5 Uhr früh, bevor es heute einen langen, langen Tag gibt. Aber da fingen die im Flieger an zu singen und zwar laut und zu trinken. Und das war wirklich unangenehm. Man hatte im Flieger nach Mallorca schon das, was man als Klischee von Mallorca erwartet. Und als ich dann in Mallorca ankam, war ich recht überrascht, weil es war niemand auf der Straße. 7 Uhr früh, da schläft halt noch jeder. Also standen wir morgens in Mallorca und wussten noch überhaupt nicht, was wir machen sollten, weil es war einfach niemand da. Der Strand war komplett leer. Links und rechts an den Seiten der Strände waren halt ein paar von diesen Sonnenbrillenverkäufern schon unterwegs, die irgendwie Hüte und Sonnenbrillen verkaufen. Das Einzige, was wir so früh am Morgen fanden, war der Megapark. Das ist die größte Bühne Mallorcas. Da treten Leute wie Jürgen Dreefs vor 2.000 bis 4.000 Leuten auf und performen ihre Songs. Als Daniel das Ding sah, hatte er einen Wunsch, nämlich da drin aufzutreten. Maik und ich waren uns ziemlich sicher, dass es unmöglich ist, dort aufzutreten, ohne Anmeldung und ohne irgendwen zu kennen. Und sprachen halt erst mal mit ein paar Leuten, die da gearbeitet haben, die Türsteher und so. Die hat da schon Wagen. Und die meinten halt auch alle so, klar, könnt ihr hier auftreten, gar kein Problem. Haha, also keine Chance. Dann begannen wir erst mal das Fußvolk am Ballermann mit dem Song zu versorgen. Wir verteilten CDs und behaupteten überall schon, dass wir am Abend im Megapark auftreten würden und performten das Lied. Ich drehte ein bisschen Musikvideo, ich drehte ein bisschen was mit. Das einzige Problem war, viele der Leute wollten nicht gefilmt werden und kamen, nachdem wir gedreht hatten, immer wieder auf mich zu und meinten halt so, ey, wenn irgendwas auf dem Internet landet, gibt's Probleme und ich will das nicht. Das heißt, ich hatte nach irgendwie 2 Stunden Dreh kein Material, das ich nutzen konnte. Zum Glück kam dann eine junge Gruppe von Studenten, irgendwo aus der Nähe von Köln, die das so geil fanden und Daniel auch kannten, dass sie unbedingt performen wollten. Und als die ausgerastet sind zu dem Song, kamen immer mehr Leute, die Bock hatten mitzumachen und plötzlich hatten wir das perfekte Musikvideo. Es war alles da. Die Leute sind abgegangen, haben Party gemacht, haben gefeiert. Es sah super aus und wir waren damit schon mal ziemlich zufrieden. Somit hatte ich den ersten Akt meines Films im Kasten, den Anfang, die Ankunft und das erste Performing des Songs und die erste Reaktion der Leute. Aber jetzt fehlte natürlich noch eine gesamte Dramaturgie, um daraus einen schönen Film zu machen. Beim Mittagessen kamen wir auf die Idee, dass wir ja einfach mal Jürgen Dreefs kontaktieren könnten. Der tritt ja regelmäßig im Megapark auf und außerdem haben wir vor einem Jahr mit dem mal gedreht. Somit könnte man ihn ja eigentlich mal kontaktieren. Wir fanden raus, wo er war und er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auf Mallorca und zwar in seinem Restaurant, der König von Mallorca, was ungefähr 40 Minuten entfernt von unserem Standort war. Also besorgten wir uns ein Mietauto und fuhren rüber. Wir überraschten Jürgen Dreefs unangekündigt und Daniel zeigte ihm seinen Song und Jürgen hatte die gleiche Reaktion wie ich. Er fand das Ding so scheiße, dass er es schon wieder gut fand. Und er sagte uns zu, dass wir am Abend im Megapark auftreten könnten und zwar in seiner Show. Gäbe es einen Platz, ich könnte auf die Bühne gehen, das Ding filmen, Daniel könnte auftreten. Wir würden diese Chance bekommen, er würde sich dafür stark machen. Damit hatte ich den zweiten Akt meines Films, aber es war auch gleichzeitig klar, wenn wir diesen Auftritt im Megapark nicht kriegen und nicht auf die Bühne gehen, dann wird der Film nicht funktionieren, dann wird das ganze Ding zusammenbrechen. Dann muss ich mir irgendwas Neues ausdenken oder es wird halt schlecht. Nachts um zwei standen wir dann vom Megapark, wurden von Jürgen empfangen und der Betreiber des Megaparks hatte keine Ahnung, wer wir sind oder was wir wollen. Und der machte uns verständlicherweise erstmal ein bisschen das Leben schwer, weil er halt meinte, das wird ihm nicht abgesprochen und er sieht da keinen Grund, das jetzt verauftreten zu lassen und auf die Bühne zu lassen oder überhaupt in das Ding rein. Ja, Jürgen machte sich dann stark. Als wir drinnen waren, durften wir erstmal zum DJ gehen und gaben ihm die CD und sagten ihm halt so, der und der Track, da und dann ungefähr, wenn da einer auf die Bühne kommt. Und der DJ sah nicht so aus, als hätte er Bock, diesen Track zu spielen. Ich weiß nicht genau, was das war, aber er guckte sich das Ding halt an und meinte halt so, ja, wir lassen uns mal gucken, ob das geht. Jürgen ging auf die Bühne und nahm mich direkt mit und meinte halt so, ja, komm direkt mal mit, film mich direkt mal, ist gar kein Problem. Und dann stand ich auf der Bühne und filmte Jürgen bei Song 1, bei Song 2, bei Song 3 und langsam bekam ich ein bisschen die Befürchtung, dass das nichts wird. Vor allem hatte ich nur noch einen Akku in der Kamera drin, weil die anderen hatte ich schon verbraucht und hatte keine Reserve mehr. Und das Ding ging so auf die 30 Prozent runter. Plötzlich unterbrach Jürgen mitten in einem Song und rief Daniel auf die Bühne. Daniel kam auf die Bühne, war super aufgeregt, nahm sich sein Mic und performte wie ein Irrer den Song. Nach dem Auftritt machte Jürgen aber sofort Programm weiter. Wir runter von der Bühne, er zog sein Ding wieder durch und wir hatten unseren Auftritt. Nach dem Dreh sind wir halt zurückgeflogen am nächsten Morgen, super früh, kaum geschlafen. Ich bin nach Hause, hab das Ding geschnitten und abends abgegeben. Bam, 36 Stunden wach oder so. Aber es hat Spaß gemacht. Hey, kleine Maus, du wirst voll den schönen Charakter ausziehen. Hey, kleine Maus, und der Rest ist auch egal. Ich war ein Ballermann mit Mike und Daniel. Wir hatten keinen Plan, doch mussten liefern. Mit der besten Musik und dem weltbesten Team schafften wir es, mit Jürgen Drews in Team zu werden. Mike wünscht sich seit Jahren schon, Jürgen Drews um sittlich zu berühren, um sittlich zu berühren. Übrigens, das neue Album von den 257ers ist jetzt draußen. Können wir eigentlich mal anhören. Das mach ich jetzt.